dieser mercedes benz b 180 ist hier zum verkauf angeboten 5 personen haben in dem weißen fünftürer platz der kilometerstand des wagens liegt bei weniger als 21.000 kilometern die erstanmeldung war mittel 2013 der kombi besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie esp xenon scheinwerfer isofix kindersitz befestigung navigationssystem einparkhilfe und vieles mehr unter der haube gibt der benziner eine leistung von 122 ps an das schaltgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei 6,1 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir beantworten gerne ihre fragen